willkommen bei profi ich habe hier ein modell für sie welches sie so wahrscheinlich nicht kennen und zwar das modell 2106 eine variante der sehr erfolgreichen garnitur grace von willie schillig in der kombination zweier mit übergroßen longchair in leder z59 longlife black schwarz wie die nacht diese garnitur ist natürlich was ganz besonderes schon allein wegen diesen kissen nein die gehören gar nicht dazu habe ich drauf gelegt wegen der überbreiten wegen der dem überbreiten longchair sie haben hier viel platz 8 zu 2 zum lümmeln sie haben diese kopfteilverstellung die können sie sich so einrichten wie sie wollen sie haben ein longlife leder deshalb kann ich mit den schuhen drauf weg sie einfach abwischen können und zack alles ist wieder in ordnung aber achtung die garnitur ist leger gepolstert also nicht sie ist nicht weich aber sie ist mittelfest und vor allen dingen neigt zur falten bildung sieht aber toll aus wenn man einem das nicht stört echt toll sitzkomfort klasse kubische wirkung sie brauchen ein bisschen platz wegen der großen rekamiere drei meter und zwei das longchair ist 1,90 lang der preis ist heiß es handelt sich um eine garnitur aus der hausausstellung von willi schillig sie kostet jetzt bei uns abholpreis 1.990 euro plus 199 versand ein echtes schnäppchen 2105 von willi schillig bei profi schnapp.de im showroom in empfingen und online schnappen sie zu wenn sie sowas suchen ein ganz tolles schnappstück dankeschön ich wünsche ihnen viel glück und tschüss ihr lütz reinhardt